Fit bleiben im Homeoffice, das ist eine Herausforderung. Wie ihr schon mit ein paar minimalen Übungen an eurem Schreibtisch fit und beweglich bleibt, das zeigt euch heute Ann-Kathrin Rampf vom Medius Schliersee. Ja, jetzt sind wir hier auf unserer schönen Dachterrasse der Vitalwelt in Schliersee angekommen und ich zeige euch jetzt ein paar kleine Übungen, die ihr machen könnt bei eurem Homeoffice, während eurem Homeoffice. Das Wichtigste ist schon mal, dass wenn ihr die ganze Zeit gesessen seid und quasi geschrieben habt oder gearbeitet habt, dass die Öffnung der Brustwirbelsäule mal wieder aktiviert wird. Und dazu kannst du ganz einfach deine Hände unter deinen Tisch legen, also unter deine Tischkante legen. Du rutschst ganz nach vorne an deinen Stuhl dran und drückst jetzt aktiv von unten gegen den Tisch mal hoch. Richtig kraftvoll hochdrücken. Also meiner ist jetzt auch sehr leicht und falls deiner leicht ist, nicht zu festdrücken, weil sonst hebst du ihn an. Aber ansonsten glaube ich, dass so ein Schreibtisch relativ fest ist und du hier richtig schön einmal kraftvoll drücken kannst. Schau, dass du aufrecht in der Wirbelsäule bist und jetzt hier richtig schön drückst. So ungefähr 20 bis 30 Sekunden halten und dann wieder locker lassen. Du merkst sofort, dass hier vorne sehr viel Aktivierung entstanden ist. Ja, Kraft in deiner vorderen Brustwirbelsäule, in deinem Brustkorb wieder, was eben die Gegenbewegung ist, wenn wir aus der Position uns einmal öffnen. Die nächste kleine Übung, die wir machen, ist auch ganz einfach, auch an deinem Tisch, an deinem Stuhl sitzen. Gehst du auch wieder ganz vor an die Kante von deinem Stuhl und selbst wenn ich lehnen habe, ist das nicht so schwierig. Du greifst dir jetzt einmal hier unten an die Kante von deinem Stuhl hin, setzt deine beiden Füße parallel auf und dann lehnst du dich mit geradem Rücken nach vorne. Und stell dir mal vor, du wolltest dich selber aus deinem Stuhl sozusagen rausziehen und dann ziehst du wieder ganz, 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 ganz kräftig. Achte darauf, dass du dabei schön lang bleibst, dass der Kopf nach oben gezogen wird und du mit viel Kraft versuchst sozusagen, dich selbst aus diesem Stuhl rauszuheben. Dabei aktivierst du die Rückseite deiner Rückenstreckmuskulatur, die sehr verkürzt und verkümmert ist, wenn wir lange in einer Sitzposition eben verweilen am Schreibtisch sozusagen sitzen. Gut, und die letzte ganz einfache Übung im Sitzen ist für mich jetzt ein bisschen schwierig auszuführen, weil da bräuchtest du vielleicht ein schweres Buch oder irgendetwas, weil es geht um die Länge in deiner Wirbelsäule, auch hier wieder. Am besten du legst dir ein dickes Buch, falls es sowas noch gibt, auf deinen Kopf oben drauf und streckst dich mit diesem Buch einmal lang nach oben in den Himmel hinaus. Weil das Wichtigste tatsächlich beim Sitzen ist, wieder eine Ausrichtung bzw. Aufrichtung der Wirbelsäule. Und mit diesem Buch auf dem Kopf könntest du sogar, wenn du dir deine Materialien ein bisschen näher holst, sogar weiterarbeiten. Und du wirst sehen, dass es recht anstrengend ist zu deiner Halswirbelsäule, weil du ja versuchst, dieses Buch auf deinem Kopf da oben auszubalancieren. Wenn du kein Buch nimmst, kannst du das einfach auch selber halten und einrichten. Oder, was auch ein schöner Tipp ist, du nimmst dir so diese kleinen Posties und klebst dir diesen Postie direkt an deinen Rechner, wo dann draufsteht, Kopf heben zum Beispiel. Das so eine kleine Erinnerung ist, dass du einfach sagst, okay, so zu arbeiten ist deutlich besser als wie so zu arbeiten. Das ist einfach wahnsinnig unangenehm und führt zu diesen chronischen Schulter-Nacken-Verspannungen, Spannungskopfschmerzen, Schwindel etc. Und von daher ist immer wieder dieses Ausrichten und Aufrichten, Öffnen und Kräftigen deiner oberen Rumpfmuskulatur ganz entscheidend. Ja, also wenn dir diese Übungen schon gefallen haben und du noch ein bisschen mehr wissen möchtest oder mitmachen möchtest, kannst du natürlich gerne auch bei unseren Online-Kursen mitmachen, wo wir Rückenfit anbieten in der Früh um 9 Uhr oder auch medizinisches Yoga. Auch alles online selbstverständlich, mit Aufzeichnungen auch, dass du sie zu deiner Zeit sogar auch abrufen kannst. Teilweise sogar Stunden hier oben auf dem Dach, das wären dann die Live-Stunden bei uns hier im Medius. Also wenn du noch ein bisschen was für dich, deinen Körper und deine Gesundheit tun willst, bist du herzlich willkommen bei uns hier im Medius in Schliersee. Viel Spaß euch, bis bald! Viel Spaß euch, bis bald!